Ich klicke wie ein Verrückter, will nur ins WLAN rein. Bin in YouTube drin, die loch ich durchgehend online. Möcht die Frips umarmen, doch ich traue mich nicht. Schaue zu lange fleucht, bis ich Augenringe krieg. Ich hör die Stimme sagen auf Wiedersehen. Plötzlich ist die Verbindung weg. Ich will mein Internet wieder, vom TV krieg ich das Graue. In YouTube ist halt meine Welt, ich will die Gurus alles glauben. Will nen Darm nach oben geben, schreib kein Kommentar rein. Werd meine Abo-Box drauflegen, so bin ich keinen Tag mehr allein. Scheiß aufs Camp im Dschungel und auf Bauer sucht Frau. Schaue lieber wie darum sie schminkt, ihre Augen braun. Wenn ich selber mal flogge könnte, ich könnte ich berühmt sein. Wie der König der Let's Plays dieser Mike 2. Ohne Internetzugang komme ich um den Verstand. Bin ein Außenseiter wie Dima, doch dann schaue ich das Thumbnail genauer an. Auf diesem Deezer Mike befand. Und er sagt, gegen Mots zu verlieren ist gar nicht so schlimm. Und ich hab mein YouTube wie der Simon Unge voll am Spacken. Gamer Boss rennt über das Feld. Und auch Mäki bringt mich zum Lachen. Dena, Dena spielt um sein Leben. Ich will gern der Mops von WFG sein. Mots und Deezer Hobie. Ich lieb die Dreis Oberstein. Ich abonniere jetzt auch die Jungs Bullshit, die jeder kennt wie Stein. Bei Fail Army schaue ich weg. Das Light geteilt und dann geliked. Ich abonniere sie. Sie abonnieren mich nicht. Dann wird das Abo entfernt. Und doch ich hab sie voll gern. Juhu, 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 Tuh. Juhu, 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 Tuh. Ich schaue diese YouTuber, wie die Songs falsch verstehen. Gib mir bei Fresh heute Folie, wie sich Andreas aufregt. Ich hoffe, Eggman übersetzt weiter die Songs auf Deutsch. Damit ich weiß, wie der Fuchs redet. Und ich will mein YouTube wieder. RTL macht mich verdünnlich. Niklas blockt ne Analyse. Und wer ist dieser Mike denn wirklich? Will den Daumen nach oben geben? Schreib mir in die Comics alles rein. Ob am Rechner oder Handy. Ich lieb die Songs wie mein Style. Und wir haben YouTube lieber. Wollen das Gamer bald nicht sehen. Und wann kommt denn Mike jetzt wieder? Hab jetzt Bock auf Live-Schwimmen. Wer einen Daumen nach oben geben findet? Euer Kanagai. Schaut doch hier mal kurz vorbei.